Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Myths of Empires ist ein neues Game, mega nice. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr für dieses Spiel einen Server erstellen könnt, wie ihr ihn einrichtet und wie ihr euch dann im Spiel mit dem Server verbindet. Ich mache das Ganze mit Hilfe von Zepp House. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir fangen an, den Server jetzt zu konfigurieren. Klicken wir einmal auf den Play-Button. Jetzt können wir als erstes auswählen, wo der Server stehen soll. Da ihr das Video gerade auf Deutsch guckt, würde ich euch empfehlen, einen Server in Frankfurt bzw. Engelshoven zu nehmen. Denn umso weiter weg der Server ist, umso höher ist der Ping. Und ich glaube, niemand möchte einen hohen Ping haben. Dementsprechend wählen wir jetzt hier einmal Deutschland aus. Als nächstes könnt ihr hier einstellen, wie viele Slots ihr haben wollt. Kommt natürlich darauf an, wie viele Leute ihr zusammen auf dem Server haben wollt. Geht von 16 Slots bis 100 Slots. Und hier unten seht ihr auch immer, wie viel RAM inklusive ist. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf 16 Slots, machen das kleinste. Und hier steht auch empfohlener Mindest-Ram 6 GB. Deswegen nehmen wir hier einfach mal 2 GB hinzu, gönnen wir uns. Müsst ihr natürlich nicht hinzunehmen. Ihr könnt natürlich auch im späteren Verlauf, wenn ihr merkt, okay, die Leistung oder die Slots reichen uns nicht aus, könnt ihr den Server natürlich später immer upgraden, ohne Probleme jederzeit. Dann haben wir jetzt hier den Slot ausgewählt, den RAM ausgewählt. Und das nächste können wir hier CPU und Host-System auswählen. Es gibt einmal Standard und einmal Premium. Der Unterschied ist einmal, bei Premium habt ihr die garantierten DDR4-RAM sowie eine M.2-SSD und nicht eine normale SSD. Und die CPU ist etwas besser. Kommt natürlich auch darauf an, wie viel ihr wieder auf den Server drauf machen wollt. In meinem Fall belasse ich es jetzt auf Standard, könnt ihr auch lassen oder in dem Direkt-Premium. Wie gesagt, ihr könnt auch im Nachhinein, wenn ihr merkt, jo, ah, reicht uns nicht aus die Leistung, könnt ihr das im späteren Verlauf immer noch upgraden. Dann haben wir als nächstes keine IP, keine eigene IP-Adresse oder eigene IP-Adresse. Wenn ihr die eigene IP-Adresse benutzt, habt ihr immer eine feste IP. Ihr könnt ja bei Zapp Hosting das Game jederzeit wechseln. Wenn ihr jetzt merkt, okay, M.2-Source-Empire spielen wir jetzt nicht mehr. Jetzt will ich den CSGO-Server, könnt ihr jetzt immer wechseln und ihr behaltet die gleiche IP. Außerdem bekommt ihr, wenn ihr die eigene IPv4-Adresse nehmt, auch immer den Standard-Port von dem Game. Dementsprechend, ich will den Standard-Port haben. Wir gehen auf eigene IPv4-Adresse, buchen wir hinzu. Dann haben wir als nächstes die DDoS-Manager-Übersicht. Könnt ihr hinzubuchen oder nicht. Aufpassen, DDoS-Schutz habt ihr so oder so. Wenn ihr das DDoS-Übersicht dazu bucht, dann seht ihr nur im Dashboard, jo, wann bot das letzte Mal hier ein DDoS ausgeführt, läuft gerade ein DDoS etc. pp. Wenn ihr diese Statistiken haben wollt, könnt ihr es hinzubuchen. Aber wie gesagt, DDoS-Schutz habt ihr so oder so. Als nächstes habt ihr die Abrechnungsart. Könnt ihr auswählen zwischen Prepaid und Vertrag. Vertrag verlangert sich automatisch, Prepaid nicht. Vertrag könnt ihr aber auch jederzeit kündigen. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach Prepaid. Dann haben wir hier den Abrechnungsintervall. Ihr könnt hier auswählen zwischen 7 Tage bis 5 Jahre. Und ihr seht, bei 7 Tagen zahlt ihr 20% mehr. Ab 3 Monate seht ihr dann immer, wie viel ihr spart. 3%, 5%, 10%. Also könnt ihr auch direkt einen Server für eine längere Laufzeit nehmen. Und wenn ihr sagt, ihr wisst jetzt nicht, ob ich jetzt 6 Monate Mews auf Empire spiele, aber ihr wisst, dass ihr 6 Monate lang irgendwie einen Server braucht, könnt ihr es trotzdem machen. Und 5% sparen, weil ihr könnt das Spiel jederzeit auf dem Game-Server ändern. In meinem Fall zum Testen nehme ich jetzt einfach mal 7 Tage, um das hier in dem Video zu zeigen. Als nächstes habt ihr hier die Auswahl zwischen verschiedenen Bezahlmöglichkeiten. In meinem Fall habe ich Guthaben drauf, deswegen nehm ich Zapcoins. Ihr könnt aber natürlich auch mit PaySafeCard, Paypal, Cryptocurrency, Sofortüberweisung, DuPay und so weiter bezahlen. In meinem Fall Zapcoins. Dann müsst ihr einmal die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, sowie die Datenschutzbedingungen. Und wenn ihr jetzt noch 20% auf die gesamte Laufzeit sparen wollt, könnt ihr hier bei Gutschein Einlösen einfach den Code GermanGaming eingeben, kriegt ihr 20% Rabatt. Wir gehen jetzt auf Kostenpflichtig bestellen, zahlen 5,71 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das dauert jetzt ungefähr so 60 Sekunden, manchmal auch 2 Minuten, 3 Minuten, bis der Server bei euch im Dashboard angezeigt wird. Wird dann hier angezeigt und ihr bekommt eine Mail. Dementsprechend sehen wir uns gleich wieder, sobald der Server einsatzbereit ist. Und dann zeige ich euch, was ihr alles so einstellen könnt und wie ihr euch mit dem Server verbindet. So, wir sind jetzt in unserem Dashboard von unserem MOE-Server. Und ich werde euch jetzt erstmal zeigen, was ihr hier alles konfigurieren könnt. Und im nächsten Schritt zeige ich euch, wie ihr euch da mit eurem eigenen Server verbinden könnt. Okay, fangen wir an. Als erstes haben wir hier natürlich das Dashboard, so die grobe Übersicht. Ihr seht hier den Standort, den ihr auch wechseln könnt. Ihr seht hier den Status. Wir machen den Server nochmal kurz aus. Ihr seht den IP und Port, sowie den belegten Speicher, das aktive Spiel. Wie gesagt, ihr könnt jederzeit bei Zapp Hosting das Spiel wechseln, wenn ihr es möchtet. Sobald den aktuellen Servernamen und die Slotanzahl könnt ihr hier natürlich auch wieder verändern. So, wir gehen weiter. Hier gibt es einmal News noch. Da könnt ihr die aktuellsten News nochmal durchlesen. Ist ja jetzt nicht so wichtig. Ist allgemein zu Zapp Hosting nicht zu dem Server. Dann kommen wir hier zum DDoS Manager. Hier sehen wir jetzt ein paar Sachen, dass wir das hier aktiv haben. Wenn ihr das dazu bucht, dass ihr diese Übersicht habt, seht ihr hier noch deutlich genauer, was hier alles macht. Eingehende Angriffe, Status, permanent aktiv, könnt ihr hier einschalten, ausschalten. Ich würde hier nichts ändern, weil wer will schon einen Server ohne DDoS Protection. Dann haben wir hier Tabax Store. Die sind verbunden. Also Zapp Hosting ist eine Partnerschaft mit Tabax. Und Tabax ist einfach eine ganz einfache Möglichkeit, mit eurem Server Geld zu verdienen durch die Community. Sprich, ihr könnt Ingame-Sachen verkaufen für Echtgeld und so den Server refinanzieren. Das ist direkt hier mit im Webinterface eingebaut und kinderleicht umzusetzen. Wenn ihr mal wollt, dass ich dazu ein Video mache, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich da eventuell mal in Zukunft ein Tutorial zu machen. Als nächstes haben wir hier die Log-Datei. Hier wird alles geloggt, was so auf dem Server passiert. Wann er startet, wer connectet, etc. pp. Da jetzt auf dem Server noch nichts passiert ist, weil es noch nicht gedroint ist, steht hier natürlich nicht viel drin. Aber ihr könnt natürlich hier im Nachhinein, wenn ihr gerade nicht online wart und jemand hat auf dem Server scheiße gemacht, könnt ihr durch die Logs nachgucken, wer um welcher Uhrzeit online war und so weiter und so. Den Idioten finden, der da irgendwelche Scheiße gemacht hat. Dann haben wir hier als nächstes den Ereignis-Log. Hier wird eigentlich nur hingeschrieben, wann der Server gestartet wird, wann der gestoppt wird und ob er durch einen User gestoppt wird oder ob der durch einen automatischen Restart erfolgt ist. Störung ist natürlich immer gut, wenn hier nichts steht. Störung bedeutet nie was Gutes. Kann natürlich mal vorkommen, dass es irgendeine Störung auf dem Server gibt, dass der Server nicht erreichbar ist oder sonst was. Das würde dann hier stehen, um euch zu benachrichtigen. Oder wenn irgendwelche geplanten Wartungsarbeiten sind. Dann haben wir hier noch Fragen und Antworten. Ich weiß gar nicht, ob hier zu Mies of Empires ist noch nichts drin. Aber ihr könnt auch über die Subdocumentation, kommt ihr direkt hier hin, da gibt es eine kleine Wiki zu allem möglichen Spielen. Könnt ihr euch auch durchlesen. Jetzt kommen wir aber zu dem entscheidenden, beziehungsweise zu dem wichtigen Zeug, den wir hier brauchen für die Einstellungen. Also erst gehen wir auf Einstellungen. Hier haben wir dann zu dem Game, in diesem Fall MOE, die spezifischen Einstellungen. Also erst könnt ihr hier einschalten, dass der Game-Server nach dem Crash automatisch neu startet. Das machen wir jetzt einfach mal, einfach mal kurz speichern. Ist natürlich sehr praktisch, wenn der Server mal abschmiert, dass er dann auch neu startet, sodass selbst wenn der Admin nicht online ist, die Spieler weiterspielen können. Dann haben wir hier den Servernamen, den können wir jetzt einfach mal ändern. Ich nenne jetzt einfach Test, Achim. So, könnt ihr natürlich hinschreiben, was ihr wollt. Dann könnt ihr hier noch ein Passwort vergeben. Lass ich in dem Fall jetzt einfach mal frei. This is hosted by Zephosting. Tutorial. Das Server schreibe ich da erstmal hin. Könnt ihr hier natürlich frei bearbeiten. So, dann kommen wir als nächstes zum Game-Mode. Entweder könnt ihr hier PvE oder PvP anschauen. PvE ist also, Spieler können sich nicht gegenseitig angreifen und PvP-Spieler können sich gegenseitig angreifen. Dann müsst ihr entscheiden, was ihr für einen Server haben wollt. Ich glaube, bei MOE macht es mehr Sinn, PvP-Server zu machen. Aber ist natürlich euch überlassen. Dann haben wir hier eine Ankündigung. Könnt ihr auch fest hinschreiben, was ihr da reinschreiben wollt, wenn ihr irgendeine Ankündigung machen wollt. Welcome. Lass ich jetzt einfach mal stehen. Als nächstes haben wir die Schwierigkeiten. Gerade die könnt ihr hier hoch runterstellen, wie ihr es wollt. Wollt ihr es schwerer oder leichter, könnt ihr hier die Zahlen natürlich verändern. Müsst ihr dann an eure Bedürfnisse anpassen. Dann haben wir als nächstes die Admin-Liste. Hier müsst ihr einfach nur von den Admins die Steam-ID 64 eintragen. Und die sind dann automatisch auf dem Server-Admin und können dort dann quasi die ganzen Admin-Commands machen. Jetzt kommen wir noch ein paar zu spezifischer Einstellungen. Ihr könnt, ähnlich wie bei ARC, wer ARC kennt dieses Dino-Spiel, könnt ihr hier auch ziemlich viel einstellen. Ihr könnt hier die Drop-Multiplikator einstellen von den Tieren, die Steine. Ihr könnt hier alles einstellen, wie ihr es wollt. Natürlich, umso höher das Einstellen, umso höher der Multiplikator, umso einfacher wird es. Dementsprechend stellt ihr so ein, wie ihr den Server haben wollt. Wollt ihr einen einfachen Server, macht die Zahlen hoch. Wollt ihr einen schweren Server, so einen Hardcore-Server, dann lasst die Zahl möglichst gering. Dann haben wir hier das nächste noch, ob ihr den Chat aktivieren wollt, ja oder nein. Wenn ihr auf ja, selbstverständlich ist dann der Chat auf dem Server an. Wenn auf nein, ist der Server aus. Das gleiche gilt für Voice-Chat und für Benachrichtigungen. Dann haben wir hier noch die Einstellungen von Join und Leave-Matches. Kennt ihr ähnlich so von anderen Servern. Könnt ihr hier auch einstellen, was ihr wollt. Könnt ihr hier frei bearbeiten. Dann haben wir hier die Haltbarkeit. Könnt ihr Haltbarkeit aktivieren oder deaktivieren. Haltbarkeit, sprich die Items und so weiter, verlieren eine Haltbarkeit. Ähnlich wie bei Minecraft. Wenn ihr es haben wollt, lasst ihr es auf Yes. Wenn ihr es nicht haben wollt, lasst ihr es auf No. So wie hier auch wieder Multiplikator. Wollt ihr es einfach haben, möglichst geringe, hohe Zahl. Wollt ihr es schwer haben, möglichst geringe Zahl. So und jetzt auch wichtig für die Leute, die vielleicht PvP machen. Wollt ihr, dass dann von den Leichen die Sachen gelootet werden können, lasst ihr das hier bei Yes. Ansonsten lasst ihr das hier auf No. Damage Settings. Schaden deaktivieren. Wenn ihr keinen Schaden auf dem Server haben wollt, so einen richtigen Low-Server haben wollt, dann macht es auf Yes. Ansonsten ist es auf No. Lass kriegen die Leute natürlich Schaden. Dann könnt ihr hier auch wieder den Fernkampfschaden der Gegner einstellen. Und den Nahkampfschaden und so weiter. Wie gesagt, ist auch hier wieder das gleiche Prinzip. Umso höher die Zahl in diesem Fall, umso schwieriger wird es, umso mehr Schaden machen die. Umso niedriger die Zahl, umso einfacher ist es. Das gleiche gilt auch jetzt hier nochmal für die Gebäudeschaden. Umso höher die Zahl, umso schwieriger, umso niedriger die Zahl, umso einfacher. Dann müsst ihr vielleicht so ein bisschen ausprobieren, wie ihr es gerne hättet. Tryt es einfach aus, wie es euch am besten gefällt. Player-Settings natürlich auch wieder mit dem Multiplinator ist wieder das gleiche Prinzip. Höhere Zahl wird es einfacher, niedrige Zahl wird es schwerer. Könnt ihr auch wieder einstellen. Dann könnt ihr noch eingeben, ob die Spieler die Items nach dem Tod verlieren können. Ja oder nein, könnt ihr hier einstellen. True or False. Dann haben wir hier die Ports, die wir natürlich brauchen, sowie den Startbefehl. Und dann drücken wir einfach mal auf Speichern. Und dann haben wir das alles konfiguriert, wie wir es jetzt für diesen Testzwecken haben wollen. Dann gehen wir weiter zu einem spezifischen Punkt von Zap-Housing, was jetzt nicht unbedingt was mit dem Spiel zu tun hat. Aber wie schon erwähnt, ihr könnt hier jederzeit das Spiel wechseln. Wenn ihr keine MOME-Server mehr haben wollt, könnt ihr hier ein Counter-Strike-Server, Minecraft-Server, Left 4 Dead, etc. Und ihr seht ziemlich viele Auswahl. Könnt ihr einfach changen, wenn ihr das möchtet. Als nächstes Version-Spiele, beziehungsweise es ist ja sogar noch ein Early-Access-Spiel, werden eventuell des öfteren mal Updates kommen. Könnt ihr das hier natürlich drüber aktualisieren. Und euch auch benachrichtigen lassen, sobald ein Update verfügbar ist. Dann kommen wir zu den nächsten wichtigen Punkten, und zwar den Restart-Planer. Der ist auch nicht ohne. Ein Server sollte ab und zu immer mal wieder restarten. Und hier könnt ihr automatisierte Restarts festlegen. Entweder einmal die Woche, könnt ihr den Wochentag auswählen und eine Uhrzeit. Oder ihr nehmt täglich irgendeine Uhrzeit, und dann wird der Server automatisch restartet. Machen wir einfach mal auf täglich. Keine Restart, perfekt. Dann haben wir den FTP-Browser. Hier haben wir die FTP-Daten. Den könnt ihr euch mit FileZilla oder WinSCP auf den Server einschalten und dort auch die Dateien direkt bearbeiten. Sachen hochladen, Plugins, Mods, etc. pp. Dann haben wir noch den Punkt Datenbank. Hier habt ihr eure MySQL-Verbindungsdaten. Wenn ihr hier erstmal eine erstellt, ich weiß gar nicht, ob MOE gerade eine Datenbank braucht, bin ich mir gerade unsicher, aber ihr könnt auf jeden Fall eine Datenbank erstellen. Drückt einfach auf Stellen. Und dann habt ihr hier die Datenbank-Verknüpfung. Einmal die Server-IP-Datenbank-Benutzer. Wenn ihr hier drauf klickt, auch das Passwort. Könnt ihr auch wieder löschen und auch natürlich Backups machen. Backups, guter Stichpunkt, ist nämlich der letzte Punkt vom Server. Hier könnt ihr automatisierte Backups erstellen lassen. Könnt ihr entweder einschalten, ausschalten. Und wenn ihr jetzt einschaltet, könnt ihr noch einschalten, ob es auf täglich oder wöchentlich ist, sowie ob ältere Backups gelöscht werden sollen oder nicht. Das gleiche gilt auch für die Datenbank. Hier unten könnt ihr dann den Wochentag und die Zeit einstellen. Ich würde sagen, wir haben jetzt grob die Einstellung vom Webinterface erklärt, alle Punkte durchgegangen. Und ich würde sagen, ich sage euch jetzt, wie ihr euch mit dem Server verbinden könnt. Um euch jetzt mit eurem Server zu verbinden, geht ihr einmal hier auf Server erstellen. Das ist ein bisschen falsche Übersetzung. Hier steht zweimal Server erstellen. Also das erste, das kippt ihr einmal hier drauf. Und gebt dann hier euren Servernamen ein. Den habe ich ja hier konfiguriert. Wir gehen einmal hier drauf. Hier, Test. Achim heißt der Servername. Da geht ihr jetzt hier rein. Kippt das jetzt einfach hier ein. Test. Achim unterscheidet der noch den Server auch. PVE habe ich gerade eingestellt. 36 Millisekunden. Wir klicken einfach auf drauf und drücken auf verbinden. Und schon sind wir auf unseren Server. Jetzt können wir unseren Charakter erstellen. Ich mache einfach mal bestätigen. Bestätigen, damit wir ein bisschen rumlaufen können. Ja, ja, bestätigen. So, ja, ja. Wählen. So, und wir sind hier jetzt auf unseren Server. Und können hier rumlaufen. Ich habe natürlich gerade die falsche Szene aktiviert bei OBS. Deswegen lag es gerade so ein bisschen. Aber ihr seht, Server funktioniert. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit euren MOE-Server. Wenn ihr Fragen und Probleme habt, schaut gerne einen Kommentar. Haut rein und ciao, ciao.